Servus und hallo zu Faraday-Protokoll. Weiter geht's. Was ist hier jetzt geboten? Ok, was will das für mich? Das ist unglaublich. Die Ereideide sind jetzt abhängig. Die Ereideide sind jetzt abhängig. Bitte, nach der Öknecke. Centauri? Setti? Elidani? Ich habe nie gehört von diesen star-systems. Ich bin nur wo im Universum? Wo bin ich? Und wenn nur zwei Schiffe departeten, was passiert mit dem Rest dieser Schiffe? Kapitel 3, auftauchen. Okay, wow. Warum fahren wir noch mal? Okay. Hier ist rot, hier kann ich nicht durchgehen. Ich wollte es nur mal probieren. Jetzt weiße Dinger, da ist zu... Okay. Da. Ähm. Das ist connected hier. Verstehe ich nicht. Irgendwas würdet ihr schon gemacht haben. Hat sie jetzt geändert? Nix, oder? Hm. Das ist wegnehmen. Hm. Okay, hier müssen beide offen sein. Denke ich. Vielleicht. Hm. Spannend. Schön, dass er sagt, er versteht es, ich verstehe es nämlich gerade nicht. Reicht da eins, das offen ist? Ja. Machen wir das da noch hin. Wird schon irgendeinen Sinn haben. Okay. Es ist erledigt. Hm. Ah, und hier muss das verbunden sein. Ja, irgendwie muss ich ja da rüberkommen. Wie kann denn das Ding umschalten? Hm. Wenn ich da runtergehe, falle runter und kommen die wieder rauf wahrscheinlich. Ich nehme mal so ein Teil mit. Da hinten ist doch noch was. Sag mal doch, dass wir... Weiß was... Ja, da rauf. Okay, ähm. Das nehmen wir wieder mit. Okay. Ich habe jetzt hier was und habe das verbunden. Und trotzdem leuchtet nur eins. Hm. Okay. Jetzt hat sich die Frage, wie die jetzt rüberkommen. Machen das. Macht hier nur die untere Tür auf, oder? Wenn ich da hintreffen würde. Ja, es macht nur die Tür auf. Was mir nix bringt. Ich versteh die roten Balken nicht. Ich geh aber auf. Ja, irgendwo ein Schalter, oder so. Okay, jetzt ist es. Wie kann ich da rüber gehen? Wo nicht? Ich würde wieder komplett runterfallen. Total toll ist. Weil die jetzt da nie wieder raufkommen. Das ist der Aufzug. Das ist das einzige, was ich in dem Raum gerade verstehe. Klauenbrücken, wie kann. Muss ich was geladen haben, dass ich drüber gehen kann? Ah. Okay. Ja, dann. Hättet man auch früher draufkommen können, ne? Okay. Ich kann ja... Hier ist einfach nur so ein Wechsler. Okay. Nehmen wir mal wieder mit. Okay, hier brauche ich... Ich brauche hier einfach nur... ...ein Energieding. Moment ist noch her. Ist da unten offen? Das weg. Mir fehlt ein... Ich muss eine Kette umwandeln. Aber dann komme ich nicht mehr... Aha, warte mal. Ich muss ja gar nicht mehr zurück. Okay. Hier muss ich da hin. Ich muss da hin. Ich brauche da. Ich werde da hin. Hier, hier. Ich brauche Energie. Ich brauche das da rein. Nehmen wir das mit. Machen wir darüber. Nehmen wir da mit. Da. Hin. 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 Die Tür ist offen. Das kann ich mitnehmen, dass ich da drüber laufen kann. Okay. Verstanden. Ah. Die geht mir halt irgendwo hin. Jetzt erst mal wurscht. Test 10. Completed. Well done, Recruit. Okay. Hat er gespeichert. Er nimmt das nächste in kleinen Rauf. Das nächste wird er in einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus. Ich brauche. Das ist zwei. Am. Untertitelung des ZDF, 2020